Augen auf und hören zu. Hier sind wieder Brain is Play. Ich bin hier mit Fennephalet. Und ich mit Saffron. Und den Buchständer haben wir noch nicht gelesen. Wir spielen nämlich Jade Empire. Jetzt könntet ihr ihn gelesen haben. Und das ist die Geschichte des Fluges. Da haben wir uns einen Weg aufgesprengt letzte Folge. Wo geht's weit? Ich glaube da wo wir aufgesprengt haben geht's weiter. Also würde ich mal den anderen Weg gehen. Sekunde. Du und deine Map. Die ist nicht. Die zeigt nicht viel. Doch da komme ich hier. Ja das hätte ich dir auch so sagen können. Ja ich hätte. Ja. Und? Frag mich halt. Ich bin ein geografischer. Oh vielleicht geht's doch da weiter. Ja. Gucken wir erstmal in die Höhle die wir aufgeschossen haben. Ja. Rauf runter. Rauf runter. Und deswegen haben wir so einen wunderbar knackigen Arsch. Rein raus. Rein raus. Hey wir befreihen noch ein paar Sklaven. Nein wir befreihen bloß ein paar Schätze. Ah. Was viel wichtiger ist. Oh. Und eine Magie bindet diesen Dämon. Ich hätte nie gedacht dass Gau der Große so mächtig ist. Ja. Dieser Bereich ist verboten. Ah bist du wieder wüssten können? Cool. Ihr warst verletzt werden. Wollte eh schon lange den Elefantentechnik lernen. Hallo Erdnuss. Oh. Was seid ihr? Wir haben schon so einen getroffen. Ich bin Xi'an Xi. Der große Elefantendämon. Laus Höhlenmagie hat mich heraufbeschworen. Oh. Und mich hier gebunden um seine eigene Schatzkampf zu machen. Das war eine Riesentür. Wie kommt man da eigentlich hin? Ich strafe für alle Einbringlinge ist der Tod. Laus macht zwingt mich. Könnten wir erst da hoffen nicht sondern hier zurück gehen? Ich glaube danach kommt eine Katzen oder so. Ah zu spät. Elefant will kämpfen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen nicht mit ihm unterhalten. Ja. Einsam. Wow. 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 Okay. Okay. Der ist ein kleines bisschen sauer. Deswegen habe ich keinen direkten Frontalkampf gegen dieses All den Nutzerers gemacht. Du hast recht. Aber was könnte ich denn ihn benutzen? Fokus. Ich bin am überlegen was wir sonst noch haben. Da in Dämonen ist haben wir echt nicht viel gegen ihn. Dämonen aber die machen auch nicht gerade viel. Vor allem sind die halt auch der Pferdedämonen hat Fernkampf. Aber nicht besonders wendig. Ne, der Pferdedämonen hat sogar Fernkampf dabei. Auf seiner Spezialattacken aber ich brauche erst mal kie. Und unser Robo Seelenfänger funktioniert auf ihm nicht, ne? Ich glaube schon. Das hat dich erwischt. Seelenfänger, ja. Funktioniert eigentlich immer. Ne. Tja. Das ist jetzt kacke. Immun gegen alle Unterstützungskills. Seelenfänger ist was Besonderes. Tja. Boah, du bist so böse, 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 sprach, die böse. Na und ich kann mich auch wirklich nicht gut zurückschlagen. Also voll grausam. Das ist voll grausam. Also meine Taktik war, über ihn drüber hüpfen und dann versuchen von hinten. Ja, nicht möglich. Nein. Aber ich kann ihn abglocken eigentlich. Na, da bin ich jetzt zu spät drauf gekommen. Ja, stimmt. Stimmt eigentlich, wir spielen nie mit Glocken. Spiel neu laden. Letzte den letzten. Ja. Und so, das wissen wir ja gleich, wo wir hinwollen. Ja, das späuchten Prozent sein. Ja, wir müssen noch die Schriftreiter lesen für die EP. Na, das kann ich von Glockenzeichen noch machen. Aber ich kann diesmal andere Sachen fragen. Lade. So. Und den Kampf mit einigermaßen vollem Leben starten. Ist schon in Ordnung, Gau schickt mich. Oh, verdammt. Dies ist Gaus' geheime Schatzkammer. Nicht einmal die Lotus-Asset sind ein bisschen von ihr. Wirklich, ne, riesige Tür. Ich wiederhole, eine riesige Tür. Erdnuss. Was heißt der? Das haben wir schon gefragt. Wenn ich sagen könnte, ich habe keinen Streit mit euch. Alles andere war irgendwie böse. Hey. Oh, das ging etwas zu weit. Wie wäre es mit Fokus? Natürlich. Jetzt. Hast du es noch mal? Okay. Da hat uns das Spiel gerade gefickt. Okay. Okay. Das sollte sich zurückverwandeln. Ja. Aber das hat auch nicht Schaden gemacht. Ja, das ist ja der große Vorteil von der Kröte. Du stehst hier voll scheiße Morgenstern. Ja, die läuft auch gleich weg. Kann es sein, dass die nur Reck macht, wenn wir... Nein. Wenn sie rumhuckt? Ne, die macht die ganze Zeit da bin ich viel. Guck, das geht immer so ein Stückchen weise vor. Scheiße. Ich glaube, hier wäre ein Wechsel auch besser. Ich weiß gar nicht, ob hier der Tiger so gut ist, weil der so langsam ist. Ich dachte, der ist der, der mit Schnelligkeit punktet. Ja, nee, ich meine, er ist so langsam, der Gegner ist so langsam. Ach so. Da ist unser Initiativpferd eigentlich egal. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich bin der Meinung, du solltest einfach mal Fokus einschalten. Und ihn niederknüppeln. Und, äh, ja. Total niederknüppeln. Mach einfach mal, ich hab keinen Streit mit euch. Ich will es sehen. Ich auch nicht mit euch. Ja, ja. Den hab ich geblockt. Wie war das gerade mit? Ich hab den geblockt und ich hab... Den geblockt und ich block auch den wieder. Und ich block den und dann, dann. Und locken scheiße, der war nicht gewohnt. Hm. Ja. Sehr schön. Das war gar nicht so schwer wie gedacht, hat. Ja. Hey, ein Schiebrunnen. Ich musste bloß ganz oft ziemlich punktgenau... Ich glaub, der geht nicht auf. Da steht bloß Küste. Ja, weil die da links daneben ist. Okay, das ist kein Schiebrunnen, das ist... Fokus rein. Naja, wenigstens etwas. Ja. Juwele, lauter gerne. Das hat man leider nicht gesehen, weil ich voll im Sprite drin gestanden bin. Oh. Juwele des kraftlosen Gelehrten. Das klingt gut besonders. Jetzt loot mal erst mal durch und dann guck mal, was hier alles an. Schön, schön, wirklich. Schatzkammer, riesig. Äh. Gau hat sein... Nicht mal so um 5000 Silber für uns oder sowas. So ein Leben lang. Und falls Erdnuss nicht ausreicht, dann bauen wir nochmal eine Falle ein. Oh. 75 Silber. Jetzt sind wir reich. Wow, wirklich, wirklich, wirklich. Okay. Äh. Oh. Genau. Wow. Oh. Das sollten wir vor jedem Buch einlegen, ha? Scheiße, ich hab das letzte Buch geliest. Egal, sonst. Ja gut, wir können. Der Rest ist dieses Standardzeug. Da haben wir inzwischen, glaube ich, bessere. Was ist das denn? Niederhaut. Aber das ist halt auch nicht so stark. Diese Spezialdinger sind gar nicht so gut. Naja. Ja, ich hab eigentlich keinen Bock immer für ein paar XP. Was, bist du kein Power Grinder Farmer Mensch? Doch. Aber nicht für ein paar XP, das vergesse ich einfach. So, aber trotzdem... Einen... Einen... Einen schnellen Quick Save, also ein Quicken, Quickie. Quickie, 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 Quickie. Quickie, 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 Quickie. Ich glaube, wir müssen nicht ölen. Na doch. Ha, 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 wie ich's gewusst hab. Ja. Aber, du kriegst den Bosskampf. Sehr schön. Hebel? Ja, für später. Und es nicht. Ich will da nicht rein. Du gehst da jetzt rein. Nö. Doch. Okay, hier gibt's. Ah. Du kannst den Bonsai kaputt machen. Im Moment kann ich den anderen Bonsai auch... Ich hätte den anderen... In dem Bonsai waren 29 Silber und ein gelehrter Juwel. Ja, klar, es gibt noch ein Bonsai in der Schatzkammer, aber ich glaub, dann lass ich ihn verstehen. Oh. Ja, wir wollen unbedingt den Bosskampf. Ganz klar. Ja. Äh, das wär eigentlich ganz cool. Ich weiß Bescheid über den toten Beschwörungskult der Lotus-Assassinen. Das sind doch falsche Hoffnungen. Und jetzt geht endlich, oder ich? Wartet! Oh, ich glaube, er hat uns entdeckt. Ihr wagt es, mich in meiner Trauer zu stören? Ich sagte, ich will meine Ruhe haben. Das werdet ihr büßen. Wartet! Jeder Charakter drei verschiedene Geschichten, die euch kennengelernt werden, als Mimiken für 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 Stimmung genommen hat. Ihr seid eine Schülerin von Meister Lee. Ihr seid diejenigen, die mein Gau getötet hat. Ja. Und natürlich der allbekannte Silberblick von euch. Mhm. Töp. Trau... Das ist tatsächlich traurig. Es gibt mehr als drei. Nö. Hohle Worte! Ihr seid eine gemeine Mörderin. Hohle Worte! Wir haben uns echt lange überlegt, was wir für einen Scheißler haben wollen. Ja. Verflucht sollt ihr sein. Und diese Schule mit euch. Mein Gau konnte es Meister Lee nie recht machen. Ihr wart immer seine Lieblingsschülerin. Und jetzt ist mein Sohn. Genug jetzt, Gau. Dieses Weib hat unsere Pläne von Anfang an gestört. Wer sonst sollte das in den Ruinen gewesen sein? Wer ist der Fürst Jun? Und auch diesem Fürsten Jun muss irgendjemand geholfen haben. Ich hab's vergessen. Gau ist tot. Keine Ahnung. Aber ich werde ihn rechnen. Story-driven. Aber wenn ich euren Kopf präsentiere und diesen verflogten Su finde, der hier in der Gegend gesehen wurde, dann würde das vielleicht genügend alte Rechnungen begleichen, um mein Leben zu retten? Mhm. Zu, den scharfsinnigen, unseren. Ach, diesen zu, meint er jetzt. Ja, ja, unseren Begleiter. Scharfsinnig? So nennt er sich also jetzt. Dann scheint er es wohl für Scharfsinn zu halten, so viel Blut zu vergießen, wie er es getan hat. Ich frag mich, wie er mir an hat, Bro. Egal, wer eure Verbündeten sind, ich werde euch töten. Hm, nein. Genug geredet. Ich werde euren Tod nicht länger aufschieben. Möge euer Untergang den Zorn von Hand des Todes, dem Willen des Kaisers besänftigen. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Oh, beide. Einst du ja, ein Blut. Du. Du. Kleiner, der hält ordentlich was aus mehr als dieser Elefanten-Dämon. Du musst aufpassen, nett, dass Gau da hinten irgendwelche Magien vor sich hinzupfült. Pff, er hat echt keine Chance. Ne, wirklich nicht. Ich hab mit dem schnelleren Kampfstil... Ne, das ist schon irgendwie bitter. Der stand da hinten und hat sich einfach... Nur verteidigt. Oh. Jetzt hat er... Aua. Du Mistkulte. Also, immer noch heilen. Ich will nicht heilen. Was zu Ende tun? Oh, nein. Geht er weg. Ich hab geblockt. Oder so. Zu mir nicht so. Mein erster Reflex als Dark Souls-Spieler ist ja immer... Roll an, roll an, roll. Ja, das hat man mal einen Kampfstil gemerkt vorhin. Das ist in diesem Spiel zu langsam. Wobei ich ein Tag so ist auch meistens eher... Die Gerüsteten mit Schild sind. Egal. Uh. Und wir haben Gau den Großen auch noch ermordet. Äh. Wir schlachten die ganze Familie und sollten wir uns nicht langsam machen. Zwei zusätzliche Fassung. Ups. Ja, zwei zusätzliche Fassung. Okay, die... Seele plus sechs? Ah, das ist zumindest schon mal ein starkes Juwel. Aber ich glaube, wir werden sie langsam sowieso von... Allem ein bisschen was finden. Oh, was war das darüber? Da noch eins darüber? Irgendwo eins war noch, wo ganz viele Werte irgendwie angezeigt wurden. Keine Ahnung. Hier haben wir noch das Brake. Okay, na egal. Das ist scheiße. Und wir haben hier unten noch... Na ja, schmeicheln. Schmeißen... Körper und Geist jeweils eins. Nee, nicht schlecht. Na ja. Aber Einzellot haben wir noch frei. Eigentlich haben wir noch... Du hast halt das wunderbare Gelehrte-Juwel rein. Ja. Für kurz lohnt sich das schon. Nicht lang. Klang. Uhu. Der widerliche Kamm. Der widerliche Kamm. Ich hatte nur den Wunsch, diesen Mann sterben zu sehen. Und äh... Zu der Scharfsinnige. Das ist nicht zu. Das ist... Ist das nicht... Ach nee, warte mal. Stimmt. Ist das nicht Jao oder so? Der merkwürdige Kerl, der uns gesagt hat... Er kann nicht mit uns kommen, weil er das alleine erledigen muss. Blablabla. Es kümmert mich, weil er verdient hatte, dass ich ihn töte. Ja, dann wärst du schneller gewesen. Wir haben Sklaven gerettet, eine Schatzkammer geplündert. Wir haben uns Zeit gelassen. Außerdem hab ich hier etwas entdeckt, das fast so wichtig ist. Ja, wir haben sogar noch eine Tür in die Luft gejagt. Ich werde euch sagen, warum ich hier bin. Das dürfte einiges erklären. Ihr habt selbst gesehen, wie diese Piraten Menschen versklaven, richtig? Jaa... Jaa... Wohl wahr. Mein Hass auf Sklavenfänge hat seinen Grund. Du hast recht ein Sklave. Ja, genau wie wir immer so. Gau Sklavenhändlerbande ist vor einigen Jahren in mein Haus eingetroffen. Oh nein. Ich war fort zu dem Zeitpunkt. Aber meine Tochter war da. Seine Tochter, das ist echt traurig. Diese herzlosen Bastarde griffen sich meine Tochter Pin Mai. Sie haben sie getötet, weil sie sich wehrte. Nein, sie haben sie getötet. Sie war mein einziges Kind. Das ist aber kein guter Mann, so. Aber zum Trost schenkte sie mir dies kostbare Kett. Als dieses Sklavenfänger sie mir nahmte, blieb ich ohne Trost zurück. Wie entsetzlich. Dass ich meine Tochter verlor, ist jetzt drei Jahre her. Wow. So lange bin ich hinter den Kerlen her, die sie mir genommen haben. Wurde vor drei Tagen zerstört. Ja. Meine Suche endete hier. Jetzt weiß ich auch, warum uns nicht zuvor gekommen ist, wenn er für alles 3.000 Mann länger braucht als hier. Es waren seine Leute, die mir meine Tochter nahmen. Und ich wollte mich rächen. Was haben wir in der Zwischenzeit, hat er das getan? Auf meinem Weg hier herauf, stolperte ich über Aufzeichnungen, die beweisen, dass hinter all dem mehr steckt als Gau. Seine wichtigsten Abnehmer sind die Lotus-Assassinen. In drei Tagen. Wir kennen die unser ganzes Leben lang. Aber in drei Tagen. Ja, Flugmaschinen. Hä? Dann wäre ja wohl alles klar. Das geht über Gau den Großen hinaus. Ich habe meine Rache bekommen. Aber wie vielen anderen haben die Lotus-Assassinen ähnliches Leid zugefügt wie mir? Wollt ihr etwas dagegen unternehmen? Ich wäre gern dabei. Nur ein Wahnsinniger stellt sich gegen die Lotus-Assassinen. Aber zwei Wahnsinnige sind stärker als einer. Ja, den nehmen wir mit. Nimm mir mit. Es wird mir eine Ehre sein mitzukommen. Ach übrigens, auf meinem Weg herauf habe ich zufällig etwas gefunden. Ja, was hat er schon wieder von uns gefunden? Hm. Ja, was? Hey, das ist der Staubinduktor, den ich versteckt hatte. Die Libelle kann ohne ihn nicht fliegen. Als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, lag er noch unter den Dielen in meiner Werkstatt. Das ist wunderbar. Sehr schön. Nächstes Mal, wenn ich was verstecke, packe ich ordentlich Sprengstoff außenrum. Sprengstoff in Form von silbernen Bananen. Wirkt großartig gegen Diebe, Affen und Affendiebe. Alle miteinander. In Form von silbernen Bananen. Wie ich das sehe, habt ihr die besten Chancen, Gau's Hintermänner zu bezwingen. Und gemeinsam haben wir eine wesentlich größere Chance, es zu schaffen als allein. Gut. Ich weiß nicht, ob ich ihm traue. Aber wir können es uns nicht leisten, mögliche Verbündete abzuweisen. Nicht bei dem, was vor uns liegt. Der hat so eine Tochter verloren. Welcher Mann könnte unter den prüfenden Blicken einer solchen Schönheit schon ruhig bleiben? Aber ihr werdet sehen, ich bin ein treuer Gefährte. Ich werde genauso treu und fähig sein, wie eure anderen Kameraden. Verlasst euch drauf. Mal gucken, was der für uns tun kann. Schade, dass man so viel heiße Luft nicht nutzen kann. Damit könnte man einen Ofen speisen, der die ganze Kaiserstadt mit Wärme versorgt. Wenn euer langes Palawa damit beendet ist, würde ich jetzt gern die Libelle fertig machen, damit wir ein bisschen fliegen können. Und was war das denn jetzt? Müll? Das ist mein Schulterzucken. Ja, mir egal. Mir nur alles mischt. Ja, genau. Geil. Er kann mit einem Hebel einfach so alles, was uns doch fixiert. Genau, noch schnell, schnell plündern und dabei sagen wir schon mal, tschüss, tschüss, Zitterkopus, korpus, wie auch immer, den Schauen wir uns beim nächsten Mal. Und noch wieder Fluggeschichte, wunderbar. Falls es euch gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like, ein Abo oder ein Kommentar da. Danke fürs Zuschauen und ihr seht uns beim nächsten Mal. Tschüss. 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 Und von unseren selecten Rörenk絕 zuный ф No. Tschüss. Und? Wieso? Überstacheln Falsche Melodie Und?